Im Internet und auf der Bühne mag der Entertainer eine harte Schale haben, aber dieses Video beweist mit einem sehr weichen Kern und einer Vorliebe für Spiele und Spaß. Obwohl Oliver Pocher sich aus Schutzgründen nie mit seinen Kindern zeigt, konnte man schon immer erahnen, dass der RTS-Star ein ziemlich cooler Papa ist und für jeden Spaß zu haben ist. Aus erster Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden hat der Entertainer drei Kinder, die mit ihrer Mama in den USA leben. Den Sommer verbringen die Kids bei dem RTL-Star, dessen Frau Amira und den gemeinsamen Kindern der beiden in Deutschland. Damit die Rasselbande eine besonders schöne Zeit hat, lässt es sich der 43-Jährige nicht nehmen, ihnen alle Wünsche zu erfüllen. Neu auf der Liste eine eigene Hüpfburg. Während Olli an der Hüpfburg Hand anlegt, hält Amira mit dem Handy drauf. Die Kids können es dabei kaum erwarten, bis das Hüpfen endlich losgeht. Im Hintergrund hört man den süßen Nachwuchs schon ganz aufgeregt juchzen. Obwohl man sie nicht sieht, kann man sich ziemlich gut vorstellen, wie die Augen seiner Kids bei diesem Luftschloss strahlen. Die Kids können es dabei kaum erwarten, bis das Hüpfburg Hand anlegt, bis das Hüpfburg Hand anlegt, bis das Hüpfburg Hand anlegt, bis das Hüpfburg Hand anlegt.